so hallo und willkommen zurück zu let's play xcom enemy unknown ja ich denke ich guckte es mal hier in richtung aufzug was kann man denn zum beispiel noch bauen labor benötigt drei energie sowieso ich glaube wir bauen zuerst mal ein kraftwerk plus zwei energie pro angrenzendes kraftwerk kraftwerk liefern jedes kraftwerke zeugt so gut dann werden wir hier unten nach hier rechts am besten dann kraftwerke bauen weil die jeden nachdem ob sie nebeneinander sind oder nicht mehr energie entzeugen was einem auch auffällt die credits sind nicht so wie früher früher hatte man viele credits also hat man schon mal pro monat so um die 1000 3000 bekommt zum schluss wenn man alles verkauft da hat man vielleicht 20.000 30.000 da man einfach so ein geldtick gucken ein geldtick benutzen konnte aber hier ist das mehr so human gehalten irgendwie die credits keine ahnung wieso so dann gehen wir jetzt in die einsatzleitung ratsverricht die schalenrüstung kraftwerk wir sind vom bisherigen erfolg des excom projektes sehr beeindruckt commande die letzten ergebnisse haben unsere erwartungen übertroffen und so etwas sagt dieser rat nicht einfach so aber wir müssen nach argentinien und südafrika die haben drei und drei usa kanada mexiko ist gut genau wie europa ganz gut ist und asien ganz gutes aus australien aber müssen auf jeden fall in südafrika ägypten nigeria argentinien und brasilien was weiter wir bleiben in kontakt commander so ein neues forschungsobjekt bitte wir haben jetzt wir konnten mit hilfe der beuteten alien legierung eine verbesserte panzerüstung bauen es handelt sich um das gleiche material das die aliens überall an den rümpfen verstehebungen ihrer raumschiffe verbinden wie wir gesehen haben können die ufos schwerste ein- und aufschläge minimalen schaden überstehen das brachte uns auf die idee die möglichkeit eines schutzanzuges mit gleicher eigenschaft zu erforschen der nachteil dieses exotisches material ist dass wir derzeit keine möglichkeit haben es auf erden herzustellen so dass wir mit unseren begrenzten vorrat sparsam umgehen sollten die technikabteilung kann jederzeit in der produktion gehen wir sind gespannt wie sich diese schadenrüstung am schlachtfeld bewahren schaden ist es gilt anzug auf in das geld gewicht dieser rüstung erheblich reduziert werden konnte hat ihre schutzwirkung dadurch nicht gelitten und das geringe gewicht ermöglicht es dem zudem diesen anzug mit einem kletterhaken zu kombinieren den wir als prototyp getestet haben das ist interessant so gehen wir meinen die waffen ich weiß ihre unterstützung für das forschungsteam zu schätzen commander die neu zugänge sind im labor schon bei der arbeit ich verstehe immer noch nicht was sich die aliens hier erhoffen 15 regierungen für ein oder warum entführen sie scheinbar willkürlich menschen wow ok sie müssen einem schema folgen dass wir noch nicht entschlüsselt haben der kleine eindruck den ich von ihrer technologie habe sagt mir es gäbe nicht viel dass sie aufhalten könnte wenn es ihr ziel wäre die erde einzunehmen ich vermute sie haben etwas anderes vor an dieses abkommen brauche ich den lang captain dieses brauche ich major kolonne rang auch major eisener willens soldaten bekommen bei jeder beförderung einen höheren bonus auf die willensstärke so man lernt schnell oder gute besser gute besserung wir schon gut aber das ist immerhin viel geld ne 150 obwohl muss mal gucken laden anzeigen sechs tage verwunden und so simply joa kommt nehmen wir das gute besserung wir wollen ja dass sie schnell wieder gesund werden kraftwerk ist bald fertig wir gehen jetzt in die einsatzleitung und das bein wieder ein bisschen ich könnte jetzt hier noch ein kraftwerk bauen dann wird es nämlich plus zwei energie machen für jedes angrenzende kraftwerke unten drunter auch noch kraftwerke aber sind erdwärme kraftwerk erzeugt 20 schon müssen über dampfspalten gerichtet werden das signal von einem teamingenieur überwacht wird kann im satellitenkontrollzentrum das signal von 2x-kom-satellien empfangen verbund bonus plus ein zusätzlichen zahl der satellit verliebt direkt nacheinander dann bauen wir das mal aber falsch nicht da hier brauchen wir überall unser kraftwerk gehen und das satellitenkontrollzentrum ist hier also gehen wir hier drunter und werden dann da was bauen so die einsatzleitung bitte neues forschungs bitte ja okay waffenfragmente jetzt haben wir etwas anderes verfügbar ist mit strahlenwaffen hier ich hatte erwartet dass dies eine dringende forschungsaufgabe sein wird kommander ich weise dem projekt direkt ressourcen zu also gut antrag von brasilien dünner mann leichen 2 auf lager 5 belohnung 20 ok wir haben einen neuen kontakt das signal ist diesmal jedoch ein wenig stärker ja aber ich habe kein ufo und kein jäger in reichweite kontakt entdeckt kontakt entdeckt mhm wir haben den letzten ufokontakt nicht mit unseren kampfschätz abgefangen ok hoffentlich richtet er keinen ernsthaften schaden an kommander wir haben verschiedene entführungsfälle auf dem holo glaube ich habe die koordinaten gespeichert wow also brasilien ist schwer aber wir müssen auch nach ägypten ähm hm aber ich habe keinen lust auf einen super schweren einsatz nehmen wir mal lieber den hier so scheint wohl alles ok zu sein ich bearbeite den mal aber ähm nein da die schalen sind diese körperpanzerung wurde nach dem vorbild der legierungen entwickelt die am raumschiff der aliens eingesetzt wurden sie sollte leichter und stärker sein als alles was wir früher verwendet haben das scheint doch gut zu sein dann brauchen wir keine nanophaserliste mehr wo ist der typ mit dem pulspunkt genau wir arbeiten wir müssen pulspunkt nämlich weg und nimmst die nanophaserliste und da wir den hier so gut ausgerüstet haben wo ich habe auch keine lust meinen leutnant eigentlich zu verlieren aber egal das schafft er schon ich bin bereit machen zum einsatz wir setzen sie auf ägyptischem gebiet ab eine lokale übertragung deutet darauf hin dass die aliens in einem großstädtischen gebiet operieren wir müssen darunter und alle feinde ausschalten scheint aber wieder so ein bau ding zu sein ich fand das ganz cool in indien angriffsteam wird abgesetzt erwarten ihre befehle wir empfangen sie klar und deutlich strike one hat grünes licht für den einsatz wir müssen mal gucken so das ist unsere fläche wo sie sich verstecken heißt ich versuche hier einmal hinzugehen macht er noch feldposten du gehst mal nach vorne gehst auch auf feldposten du gehst hier hin auch auf feldposten ja ich denke du bleibst da die kann ja nur in deckung gehen du bleibst hier und gehst auch in feldposten komm daneben schade noch ganz langsam nachladen wo die namen aber erwischt ist gut ok irgendwas ist da oben auf jeden fall sie kann ein alien sehen schieß doch mal bitte da drauf auch wenn er so komisch aussieht hoch daneben sie sehen sich zurück vorrücken sie sehen sich zurück vorrücken wir haben gar nichts mehr bekommen kann ein alien sehen ich treffer schatze 25% dann bleib mal lieber hier im feldposten kannst du einen sehen nein versteck dich mal lieber hier und gehe hier auf feldposten mit dann nehmen wir unser so bisschen weiter vorrücken nie auf feldposten gehen danke und du auch bisschen vorrücken auch auf feldposten mit zwei dünner mann okay der versucht den jetzt an kontakt los schießen zweimal egal nicht aber ob ich den getroffen der eine hat daneben geschossen der andere hat getroffen so war das cool wo ich weiß nicht kann es da eben nicht auf dem feuer kann sein aber du präzisionsschuss der muss jetzt aber sitzen ja genau da hat doch daraus geguckt genau acht kritisch erledigt wir haben aber da hinten dann so ein mannequin versteckst du dich wieder hier wieder auf feldposten genau du gehst mal ein zur seite du kannst aber auch noch schießen eine ledige bitte mal den dann hat er eine höhere wahrscheinlichkeit den da zu treffen als den da kommen wir mal den präzisionsschuss bitte ist doch genau vor dir kannst du auch nicht wääh 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 kann mir das mal bitte jemand erklären kann ich damit eine rakete hinschießen nein achso der ist von der anderen seite hier der hier kann aber schießen auf den da wie auch immer wie auch immer er ihn gekillt hat ok eigentlich müssen wir noch ein gebindiges alien fangen ich versuche das mal so gut es geht die waffe die lag da so schön in der hecke so wir sind dran heißt irgendwo sind hier noch ja hier hinten müsste ja glaube ich noch ein dynamant sein so so heißt du gehst hier hinter urr hinter in Deckung gut bleibst da im feldposten genau ähm ich weiß nicht ähm bleibst du mal hier im feldposten bitte so wie ich dich mal hier in den feldposten rein ne gar nicht du musst nachladen komm hier nachladen komm hier nachladen du musst auch nachladen rock'n'roll und du gehst mal hier hin in den feldposten genau so der hat nachgeladen und du musst auch eigentlich nachladen komm laden nach ja du ladest auch mal jetzt nach komm alles wieder im grünen bereich Törn machen wir meistens nur nachladen so komm nach vorne dünner Mann feuert einen Reflexschuss auf komm hoch pfff guckt euch mal eure unsere Rüstung an ey aha hier hinten ist er also ok da 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 ziel steht noch so ähm we renna mal hier hin wir fenden lauchgranate bitte mal hier hin damit er sozusagen noch mehr Cover hat mily hier Hier. Damit hat er ein Plus. So, bewege ich sich mal da hin. Da geht's in den Feldpfosten. Guck mal, ob er uns geht. Klaus hat mich vergiftet. Vergiftet? Shit. Müssen wir jetzt das schnell erledigen. Ah, da. Komm, nimm den Raketenwerfer. Ich glaube, er ist der Dendon in der Mission. Gut. Gleiche Operation. Ah, gut geschafft. Gut geschafft.